Musik Hey Leute und wir kommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute wieder mit den neuesten News aus den aktuellen Videos und Stuff, was Dragon Ball Legends immer auf YouTube postet. Könnt ihr übrigens sehen, ich hoffe ihr seht das hier, bei dem YouTube-Kanal 876TV, da sind immer die ganzen News und so weiter und da gucken wir jetzt rein, was kommt wahrscheinlich schon morgen oder diese Woche zumindest noch, was kommt in naher Zukunft, da könnt ihr euch freuen, das sieht extrem geil aus und so weiter und so weiter, was wir uns erwarten, ich denke eines der Dinge habe ich auf jeden Fall schon auf dem Thumbnail gespoilert, aber es gibt noch mehr. Wie unter anderem, für alle die sie noch nicht haben, die wunderschöne blaue C21 kommt zurück und da freue ich mich sehr, nicht jeder hat sie schon auf 14 Sterne und Zenkai 7, das solltet ihr auf jeden Fall nachholen, wenn sie morgen oder im Laufe der Woche wieder kommt, wird mega geil, fühle ich hart. Und warum kommt diese Dame wieder? Ja, weil wir ein Zenkai Awakening bekommen von der bösen C21, mega, mega geil. Jetzt macht es dann wieder umso mehr Spaß, die drei Damen zusammen zu spielen, die blaue Free2Play, die grüne gute C21 und die lila böse C21, die passen dann wieder perfekt zusammen, ist echt ein geiles Team, mit denen es wirklich Spaß macht zu spielen und ich freue mich sehr, dass da ein Zenkai Awakening kommt. Ihr wisst ja auch, dass alle neuen Zenkai Awakening, die wir bekommen in Dragon Ball Legends, Free2Play sind, das heißt, wir werden wieder diesen Turm hochkämpfen, den Battle Tower, wieder Missionen abschließen, dies, das, anders und ihr alle bekommt sie dann, wenn ihr sie jetzt schon auf 7 Sterne habt, dann easy auf Zenkai 5, 6, 7, ist eine geile Sache, freue mich auf jeden Fall sehr. Dann bekommen wir wieder in naher Zukunft einen World Challenge Raid Boss mit Freezer. Zum Glück, muss ich sagen, ja, wir hatten in letzter Zeit gefüllt jede Woche einen Raid Boss, aber das ist auch gut so, denn jedes Mal bekommen wir easy, easy, easy Free2Play Zeitkristalle und ich denke, die meisten von euch haben gerade sehr wenig Zeitkristalle, wegen den Legends Festival Bannern, die ja der extrem Oberhammer waren, wo übrigens ich und Diana vor kurzem noch gezogen haben, also ich in einem Livestream am Sonntag und Diana gestern am Montag in einem Video, könnt ihr euch beides gerne angucken nach dem Video, aber auf jeden Fall, ja, Leute haben keine Zeitkristalle mehr, also geil, dass wieder ein Raid Boss kommt und wir den wegklatschen dürfen, das ist auf jeden Fall auch geil. Dann hat Dragon Ball Legends auf allen Social Medias, also insgesamt auf Twitter, Facebook und Instagram, eine Million Follower erreicht. Bedeutet, ihr seht, wir bekommen dadurch eine Belohnung, zum Beispiel, welchen Featured-Charakter wir bekommen, ihr seht es hier bei der Celebration, die Celebration ist im Mai, das vierjährige Jubiläum von Dragon Ball Legends ist im Mai, ich spiele jetzt auch schon drei Jahre, 3,8 Jahre, 3,7 Jahre spiele ich jetzt schon, also im Mai ist dann auf jeden Fall perfekt dann das vierjährige Jubiläum und da kann man jetzt dann auf Social Media voten, was für spezielle Featured-Charaktere kommen sollen, die man ziehen kann, was das nächste Zenkai Awakening werden soll und, ja, ein Wallpaper für euer Handy. Geil, auf jeden Fall, ist eine geile Sache, sollte man auf jeden Fall mal reinschauen bei Twitter, Instagram oder Facebook, ich folge denen übrigens auf Twitter und Instagram, ich finde das immer ganz cool, was sie da posten, ist nicht schlecht, ist auch kein Gespame und so weiter und, ja, und dann haben natürlich alle die große Ankündigung bekommen, mit denen viele schon gerechnet haben, weil wir gerade einen, ähm, weil wir gerade einen Chilled Raid Boss hatten, ja, wir bekommen den vierten Paradox in der Sparking Form, ähm, hätten wir jetzt ehrlich nicht gebraucht, ja, er wird Legends Limited und ist auch natürlich wieder mega stark, wie immer, ist nicht anders zu erwarten, ist, er hat auch schon wieder die Fähigkeit, dass wenn er stirbt mit, ähm, also wenn er auf null Lebenspunkte runterfällt, dass er sich wiederbelebt, finde ich immer eine komische Sache, das passt nicht zu jedem Kämpfer, schon gar nicht irgendwie zu Bardock, weiß ich nicht, fühle ich jetzt nicht so richtig, so oder so, Legends Limited Bardock kommt, morgen oder im Laufe der Woche, aber sie haben nur Legends Limited Bardock angekündigt. Bedeutet, es wird wieder so ein Banner sein, der ziemlich scheiße ist. Wir hatten schon öfter einen Banner, wo nichts Neues drin war, außer eine neue Legends Limited. Und ihr alle solltet wissen, dass die Chance, auf eine Legends Limited aus einem Banner zu ziehen, so, so klein ist, bedeutet, spart eure Zeitkristalle. Ich kann euch jetzt in dem News, was sie uns gezeigt haben, erstmal nur sagen, zieht nicht aus dem Banner. Leute, ihr werdet so viel Zeitkristalle brauchen, um ihn random irgendwie rauszuziehen. Wenn es wieder möglich ist, macht eine Sache, und zwar täglich 20 Zeitkristalle, aber ich würde da jetzt ehrlich gesagt bisher keinem empfehlen, da rauszuziehen, außer sie hauen noch viel, viel weiteren geilen Scheiß rein, aber wenn nicht, es ist halt echt ein schlechter Banner mit nur einer neuen Legends Limited, keiner anderen weiteren neuen Sparking, auch wenn ihr unbedingt Bardock haben wollt als Legends Limited, trotzdem ist das halt einfach für den Arsch, ne? Und vor allem, es gibt andere drei Bardocks auch schon, einen gelben, einen roten und einen blauen, und jetzt haben wir noch einen gelben, ja, muss jeder selbst für sich wissen, mich haut es nicht um. Wie sie im Spiel angekündigt haben, das was Neues kommt, worauf wir alle gewartet haben, habe ich echt auf einen neuen Kämpfer gehofft, habe aber auch schon gemeint, zum Beispiel zu meinem Mod Eberdor, ich denke, es wird eher ein Charakter sein, den es schon gibt, wo sie wieder die ganzen, ähm, wo sie wieder einige Animationen benutzen können, die sie schon haben, weil sie über Weihnachten und Neujahr natürlich auch Urlaub hatten, bedeutet, sie hat nicht so viel Zeit für den neuen Kämpfer, und deshalb dachte ich schon, es wird leider halt, ja, wieder einer, den wir schon haben, wieder keine Tova, wieder keine Mira, wieder kein Full-Power-Muten-Roshi, wieder kein Huitra und Stingoku, wieder kein Full-Power-Jiren, nichts Neues, leider nur ein Legends Limited Bardock, ja, ich bin enttäuscht, aber schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ich aber übertrieben feiere, Leute, ist ein neuer Modus, Moment, muss das Bild mal erwischen, täusche ich erst den Bild hier, genau, ein neuer Modus, das sieht verdammt interessant aus, also, es sieht so aus, als würde man zu viert gegen einen Boss kämpfen, ihr seht hier in der Mitte des Bildschirms, ein, wie soll ich sagen, ein Feld, wo man drauf tappen muss, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, und auf der rechten Seite seht ihr so ein Z, also man hat es perfekt geschafft, sieht für mich aus wie so ein gemeinsamer Rising Rush, mit vier Spielern, das wird, denke ich, der Oberhammer, dieser neue Modus könnte wirklich geisteskrank geil sein, aber der ist noch in Entwicklung, das wird noch dauern, aber ich freue mir den Arsch weg über diesen neuen Modus, ich bete jetzt schon mal zu Gott, Popo, zu Shenlong, zu Dende, und was auch immer, dass bitte, bitte die Online-Funktion dann richtig gut funktioniert, denn das zu viert zu spielen, das fühle ich ja richtig hart, ein gemeinsamer Raid-Boss sozusagen, den man mit mehreren Leuten angreift, und nicht nur zu zweit, ich denke, das wird der Oberhammer, schreibt gerne mal eure Meinung dazu auch in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Modus, was haltet ihr von LF Bardock und so weiter, würde mich gerne mal interessieren, und jetzt, wie gesagt, der Endcard, das war es erstmal für die News für heute, wahrscheinlich kommt davon einiges morgen, bis auf den Modus, der bestimmt nicht, ja, haut es mal in die Kommentare, das war es mit der News, ab jetzt auf der Endcard, mein letztes Opening, und Dianas letztes Opening, meiner Freundin, zu den Legends Festival-Bannern, ich bin gespannt, was ihr sagt, Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, und vergesst natürlich nicht kostenlos zu abonnieren, wenn ihr wissen wollt, was morgen so alles im Update passiert, haut da rein, und ciao. Und jetzt, das war es euch, das war es euch, das war es euch, es euch, jetzt aber auch, bis zu, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020